Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeein! Ich warte auf dich... Sind echt die dreckigen Löcher aber... Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeein! Man, warum stöhnt sich so fucking... Hast du was an Bauben mitgenommen? Natürlich! Ich hab immer noch 500... Pfff... Holzstücke! Dann kannst du mal bitte teilen, weil... dann macht man das in ein Team! Hier gibt's nicht meins in Dines, ey, kennst du was nicht? Nein? Wer bist du? Warte, hier. Hast du. Huiiii! Huiiii! Nein! Nein! Au! So, und was sagtest du mit Lied auswendig lernen? Hab ich nicht... Mann! Wie bitte? Du, sag ich noch mal! Nein, ich kann nicht rein! Nein! Schluss, aus Ende! Bastard! Schicht im Schach! Hast du Bastard gesagt? Nein, natürlich nicht! Ja, hoffe ich auch. Das sind deutsche Begriffe. Das ist nicht... Ich will's gar nicht wissen. Ich bin auf dem Weg! Ja, super interessant! Ja, super interessant! Ironie! Das ist alles, Mann! Nein! 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 Ich hasse die Lecker! Die sind ja eckig da unten! Du brauchst nur auf eine Kante kommen, bumm! Dort bist du! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Du kannst singen! Ich weiß! Du auch nicht! Genau deshalb singe ich morgen noch nicht mit dir! Ja, ich auch nicht! Und wen singst du denn? Mit Michi? Niemals! Ja, ich sing auch mit Michi! Was? Was? Nein! Was? Oh, Mann! Was? Ich glaub, der... Der ist froh, dass er wenigstens ne Eimer geschafft hat! Ja! Ja! Hm! Ach so! Aua! So, hier brauch ich jetzt ein verkacktes Loch so... Und hier! Boah! Ich mich jetzt auch! Bei diesem Loch... Zwei oder dreimal im Diffel! Oh, ich dachte ich mach mal Abflug! Und dann! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Nein! Oh, ich hab überlebt! Cool! Guck mal weiter runter! Nein! Natürlich an die gleiche Stelle wie ich vorher gestorben bin! Nein! Du lebst noch! Nein! Ja, das ist so für dich im Sturz, ja! Ich bin bestimmt grad rein und geflogen! Lass uns mal zusammenarbeiten! Ich bin grad... Irgendwie seit geflogen! Ja! Du starb, du Sau! Nein! Ich darf es! Nein! Hilfe! Lass uns mal so zusammen... Lass mal alle Löcher zusammen... Zus... Zubauen! Tricksau! Ah! Ah! Genau aus diesem Grund... Ah! Ah! Nein! Mann, die Dreckviecher! Man, die Dreckviecher! Da soll doch auch noch Stein, die ich nicht mehr abkriege! Achja? Scheiße! Oh, Gust! Was für euch nicht bescheid sein, ist in Ordnung! Jetzt kann's nicht zu machen! Ah! Ich hab' da! Wir brauchen Licht! Jetzt weil ich wieder ins nächste lause! Vorwicht! Ich seh' nur ekelin' Regenbaum! Mann, komm' ihn, beschütz' mich! Was will ich denn? Ich beschütz' mich ja! Pack' ich meine Pune aus! Na? Lass mich, Rudow, ekelin' Regenbaum! Wo komm' jetzt der Dämon her?! Vorsicht! Ja, Robin! Ich bin nicht ganz... Hier, nochmal ein Dämon! Nein! Nein! Ey, mach's kein Müller! Ich hab' Ekelpilz aufgefasst! Oh! Vorsicht! Du blödes Vieh! Ich kann nicht mehr, ich will nicht! Oh! Ich wär' fast ins Wasser gefallen! Also, es wär' ein halbwegs zu schlimm! Robin! Was denn? Ich find' scheiße, wenn ich sterbe! Na, natürlich! Oh! Nake! Sie shrubt dich mal ein bisschen, ja! Ja, tu ich! Oh, Licht! Au, au, au! Mist! Na komm, öffne dich! Au, au, au! Nein! Nein! Toll, danke, Terraria! Hab' ich schmiert! Natürlich! Willkommen zurück zu... Nein! Wann beschmeißen! Scheiße! Okay! Ich leb' noch! Oh, Mokko ist schon schön gelernt! Natürlich! Vergesst nicht was! Kennst mich doch! Für Geschichte, gell? Mokko ist die Ironie, ja! Die kannst du stecken lassen! Hey! 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 Du hast schon gelernt! Und was noch? Moment, ich komm drauf! Komm drauf! Wie komm drauf! Du fragst mich doch vorhin in der LP, ja! Äh, LP! Das kannst du nicht tun! Du bist jetzt! Egal! Du bist ja alle wenst, wie schlecht du in der Schule bist! Ich bin auch nicht schlecht! Ich bin besser, Mathilde als du! Ja, nicht! Na, wir wetten! Wer der 2 1 kommt? Und du bist ein! Ja, und du hast nur einer! Warte! Du, mega schlechter Looser! Du, mega schlechter Looser! Du, mega schlechter Looser! Na klar! Eine Teilnote, eine ganze! Nenn das nicht! Was geht denn hier? Ach so, stimmt! Wir sind da hier! Es waren ja viel mehr! Okay! Komm! Einspann mal! Kommen wir nochmal nach rechts gucken! Und sitzen! Gucken mal nach ne... Fly, äh... Island! Toll! Nein, die... Ich glaub, die heißt Mini-Island oder sowas! Mega! Ich schicke einfach mal so'n... so'n Wasserteil hoch! Mal gucken wir uns, ob's nochmal ankommen soll! Du bist tot! Ich bin tot! Okay, das Loch muss ich da zuklappen! Äh, zuklappen! Zuglappen, ja! Mann! Markus! Muss denn der Markus irgendwann mal noch helfen! Nein! Schwein! Ist ja voll schlecht! Jetzt packe ich meine Apuna aus! Nein! 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 Neuuu! Erste Fallstreffer! Äh, nett, wenn ihr mir ja weiterhilft! Das ist... Finde ich... Mach ich doch! Sehr nett von dir! Aber ich würde so machen, dass ich jetzt... Dass wir hier gar nicht mehr runterfallen! So, im Grunde genommen... Fallen wir hier nicht mehr runter! Das ist gut! Komm! Nein! Ach so schnell, wir wollten nur ein, zwei Mal lang gehen und dann nach... ...nach... ...nach... ...Flying Inseln suchen! Äh... Nein! Ich wollte hier nicht werfen! Sollte das hier hochschwingen! Meinst du? Ich glaube es gibt sowas so... Äh... Ich glaube es gibt sowas eher nicht so hinterhaken oder wie das heißt! Ja, ja! Gibt! Da kann man sich immer so hochziehen! Gibt! Danke, Mokos! Sehr gut eingebaut! Wenn es auf keiner Axt wird, ich kann ja nicht mehr weg! Warte, ich helfe dir! Ah! Die Panik! Ich hab grad Angst! Kloppe Hand ab, wie in Minecraft! Dich treff ich! Puh! 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 Ah! 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 Kaff... Nein! Ich hab grad mach genug leben! Ich auch. Die spieß ich auf. Äh. Und. Was auch. Mann, ihr Dreckfischer. Lass mich alle mal in Ruhe. Was machst du das jetzt? Niemals. Niemals, ja. Was machst du? Warum sprengst du? Hattest du, die Blöcke sind, die man noch gar nicht abbauen kann. Und das Wasser würde ich loswerden, wenn ich mir das da auf die Erde gehe. So stehe ich. Gucken, wo sind wir eigentlich immer hängen geblieben? Also hier kann man hier noch weiter, ja. Ja, das werden wir sehen, wo da, also von da an, wo man nicht mal, ähm, ähm, weitergebaut haben halt. Was sieht man ja denn? Wow. Du bist bei mir runtergeflogen. Erstmal immer das Super Update, glaube ich. Und natürlich. Aber es muss sein. Äh, also lage ich denn Dolo, oder? Äh, kannst du mich bitte beschützen? Nein, so doll auch nicht. Jetzt ist er auch nicht gemeint, oder ernst? Wusen nicht. Ich weiß nur, dass du mich beschützen setzt, damit ich Wege bauen kann und nicht runterfliege. Nein. Boah. Sieht nur so aus, als ob man jetzt weiter, weil, ja, sind wir eigentlich. Ja, sind wir. Oh, da haben wir doch gerade schon wieder, guck mal, da, ja, da gehen wir runter, würde ich sagen. Viel Spaß. Geh runter. Ne, ich geh hier runter. Oh, hier kommt wieder nochmal. Na, endlich. Äh, nicht wirklich, rechts geht überhaupt weiter. Ey, warte mal, hast du da gerade einen goldenen Schlüssel? Ne, ist ein Trank. Boah, er sagt bei mir gerade irgendwie das Server. Ja, bei mir eben auch gerade. Ja, ich bin von Strahlentrank. Ich will da runter, Mokos. Da unten sieht cool aus. Bombe. Ah! Bombe. Ah! Da kann man sich durchbuddeln. Ah, warte. Schleimbomben schnell machen. Boom. Schleimbomben. Ich bin in deiner Sackkasse. ich will aber auch noch weiter nach rechts eine ganze stück weiter gehen ich brauche mich nach unten und gucke mal dass hier in die schnickes abgeht vielleicht findest du kirsten ja genau darum hoffe ich da siehst mich ja glaube ich ja warte mal lass uns mal Teams machen Team Grün Aja so und ich gucke mal vielleicht finde ich jetzt mehr und nachher eigentlich auch gestern suchen wollte Jo eigentlich schon also Mokos ich hab jetzt hier unten wieder so ne also was gefunden für Cthulhu oder wieder was nice da ist Cthulhu schön lohnt sich auch nicht weil wir schon was in der Nähe haben das ist richtig ne ich wollte sowas nur sagen dass wir also dass wir hier wieder geht weiter rechts mit Verderbnis äh Verdammtnis Verdammtnis? 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 Ach egal Verdammtnis Verdammt тол und